Ja, Thor 4 war ein Film. Thor 4 war wahrhaftig ein Film. Und ich meine das nicht mal negativ oder jetzt großartig positiv. Jeder, der jetzt die Review wahrscheinlich schaut, wird eine sehr eigene Meinung haben. Und ich weiß jetzt schon, wenn man den Film geschaut hat, man wird entweder sagen, okay, der Film war entweder mega geil oder mega scheiße. Denn es ist wirklich sehr leicht, in diesen Film mit falschen Erwartungen zu gehen. Und so war es auch fast bei mir. Jedoch kann ich sagen, dass es bei mir zum Glück noch positiv geendet hat. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, vorneweg, Thor Love and Thunder ist definitiv nicht der beste Thor-Film. Und Ragnarok ist ohne Zweifel immer noch an der höchsten Spitze. So bekommen wir zwar nicht in Thor Love and Thunder den Peak-Thor geliefert, den wir uns alle erhofft haben. Aber wir kriegen eine Menge Thor geliefert. Also wirklich einen Haufen. Wenn ihr nämlich Thor mögt, wenn ihr einfach nur mehr Thor sehen wollt, dann werdet ihr wohl ohne Zweifel, ohne Enttäuschung aus diesem Film rauskommen. Jedoch gibt es einen Kritikpunkt, der wohl der größte Wendepunkt für alle ist. Und dass es einfach der Humor des ganzen Filmes ist. Denn man muss wirklich sagen, der Film ist wirklich all in gegangen, was das angeht. Oftmals wird in Marvel-Filmen als großer Kritikpunkt genommen, dass die Filme einfach viel zu lustig gehalten werden, der ernst verloren geht, dort ein Joke reingequetscht wird und dort ein Joke reingequetscht wird. Und es manchmal einen einfach rauszieht. Aber das ist auf keinen Fall der Fall bei Thor 4. Denn bei Thor 4 Love and Thunder ist es wirklich durchgehend so. Und auch wenn man das jetzt komplett negativ sieht und Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, sich denken, oh nö, den Scheiß brauche ich mir jetzt alles überhaupt nicht zu geben. Wenn man weiß, auf was man sich da gerade einlässt und wenn man auch einfach einsieht, was dieser Film im Endeffekt sein sollte, dann ist der größte negative Punkt des Films wirklich der stärkste Punkt, den der ganze Film im Endeffekt ausmacht. Da der Film sich wirklich 0% ernst nimmt und all in in diese Comedy-Schiene reingeht, weshalb es für mich das Gefühl gibt, als wäre Thor 4 der allererste Comedy-Film im ganzen MCU gewesen. Klar hat man immer noch diesen obligatorischen Ernst, der da sein muss, um die Story natürlich voranschreiten zu lassen. Aber im größten Teil, it's all jokes. Wirklich. It's a comedy. Und wenn man sich darauf einlassen kann, wenn man den Ernst beiseite schieben kann, den man eigentlich in der Geschichte sehen möchte, wird man echt viel Spaß mit dem Film haben. Denn er ist mit Jokes gehäuft und die Jokes sind zwar echt mega offensichtlich und werden dir einfach aufs Gesicht gepresst, aber zünden auch dementsprechend auch oft. Weshalb ich nun endlich verstehen kann, weshalb Thor Love and Thunder Taika Waititi ist, ohne irgendwelche Fesseln. Er hat wirklich versucht, so viel Witz in diesen Filmen reinzubringen, wie es einfach nur geht. So das ist basic, der einfach nur wie eine Show wirkt mit Thor, wie er ab und zu seinen Hammer schwingt und einen funny Spruch rausschiecht. Und wenn man es eben schafft, darüber hinaus zu schauen, wenn man akzeptiert, ey yo, ich achte jetzt nicht wirklich auf den Ernst oder die Tiefe der Story in diesem Film, dann hat man wirklich richtig viel Spaß mit dem Film. Wenn man einfach nur Action mit Thor sehen möchte und einfach ein bisschen lachen will. So wird man wirklich sanft über die ganze Geschichte getragen und kommt mit einem guten Gefühl wieder raus. Wenn man aber wirklich versucht, einen gewissen Ernst in der Geschichte zu suchen, dann wird man sehr leicht enttäuscht. Wirklich. Obwohl die Geschichte, was den Ernst angeht, mega viel Potenzial hat. Vor allem zusammen mit Jane Foster als neuen Thor und eben Gore the God Butcher, der mega gut von Christian Bale gespielt wurde. Das wäre der offensichtlichste Kritikpunkt, den ich hier in der Review erstmal abhandeln musste. Denn das wird das Wichtigste sein für euch alle, die den Film noch schauen möchten. Lasst euch drauf ein oder lasst es direkt sein. Es mag sein, dass es bei Paar doch zünden wird, die wirklich den Ernst aus der Geschichte noch haben möchten. Denn wie gesagt, der Film hat eine gute Grundlage, was das angeht und endet dementsprechend auch mit einer schönen Message. Jedoch wird es für euch umso spaßiger, wenn ihr mit der Einsicht reingeht, ey yo, ich lasse einfach das auf mich zukommen, was der Bildschirm mir bietet. Und versucht diesmal einfach nicht ein starker Kritiker zu sein. Ohne Zweifel, ihr werdet Spaß haben, vertraut mir. Denn das war nice. Was mich aber auch zu den kleineren Punkten des Filmes bringt, die wir natürlich hier auch ansprechen müssen, nachdem wir jetzt mal den größten Brocken beiseite geschoben haben. Kommen wir doch am besten mal zu, ja, ich würde schon sagen, dem größten Highlight. Jedenfalls dem offensichtlich größten Highlight. Und das wäre der Antagonist des Ganzen. Christian Bale als God of God Butcher. Mit Doll of the Thunder hat man natürlich wirklich ein S-Kaliber von Schauspielern angeheuert für diesen Film. Was man auch gemerkt hat, Christian Bale, wie zu erwarten, macht einen fantastischen Job als God of God Butcher. Jedoch hat man hier das Problem, wie gefühlt in jedem Marvel-Film, wenn man uns einen guten Antagonisten gibt. God of God Butcher ist eigentlich genauso, wie ich ihn mir gewünscht habe. Er ist angsteinflößend, er ist fucking stark, er ist menacing, gruselig. Doch wir bekommen nicht viel davon gezeigt, denn wir sehen erschreckend viel wenig von God of God Butcher im ganzen Film. Und 80% von seinen Auftritten sind Auftritte, die man eben braucht, um die ganze Story zu checken. Nicht um den Charakter weiter auszufleichen. Was umso schade bei diesem Charakter ist, denn falls ihr meine damaligen Videos schon mitbekommen habt, God of God Butcher ist wohl mit mein Lieblings Thor-Antagonist. Weshalb ich es echt schade finde, was er mit ihm hier gemacht hat. Denn er war gut, aber hätte tausendmal besser sein können, hätte man ihm mehr Zeit gegeben. Was für mich mal wieder die Definition von Wasted Potential war. So bin ich auch ehrlich mit euch, obwohl ich gerne sagen würde, God of God Butcher war bis jetzt der beste Thor-Villain. Hele hat mir besser gefallen. Denn God ist wiederum auch ein sehr, sehr eigener Charakter. Und bei diesem Charakter braucht man schon einen gewissen Ernst. Der schon wie gesagt bei dem Film zwar vorhanden ist, aber jetzt nicht immer so präsent ist. Es ruiniert nicht wirklich seine Szenen, aber ich kann mir vorstellen, hätte man God of God Butcher viel mehr Zeit in dem Film gegeben, so wie ich es mir erhofft hätte, dann wäre der Vibe des ganzen Filmes auch komplett anders gewesen. Und das war wahrscheinlich eben einfach nicht das Ziel von dem Ganzen. Was im Endeffekt sehr schade ist da. Ich finde, dass God in dem Teil leider etwas gewasted war und man ihn für etwas Besseres hätte darauf heben können. Der weitere Charakter, der natürlich ein großes Highlight hier hatte, war Jane Foster als Mighty Thor. Und hier sei gesagt, sie hat mir noch besser gefallen, als ich im Endeffekt vermutet habe. Ich habe sie damals schon in den Trailern hochgeheilt und in dem Film hat sie mir noch besser gefallen als zuvor. Natalie Portman hat einen fantastischen Job gemacht als Jane und es gab keinen einzigen Moment, wo sie mich abgefuckt hat. Sie war wirklich permanent authentisch und ich habe sie gerne als Thor gesehen. Vor allem auch die kleine Sisterhood, die sie mit Valkyrie hat, war echt schön anzusehen. Nur gibt es eine Sache, wo ich mich immer noch frage, wie zur Hölle haben sie das geschafft, beziehungsweise wie zur Hölle hat Natalie Portman das geschafft und das ist dieser fucking Biceps. Man, ich bin gerade am trainieren und meine, das sieht nicht mehr ansatzweise so groß aus. Die Marvel Movie Magic ist wirklich fantastisch. Keine Ahnung, was sie ihren Darsteller geben, aber irgendwas muss es anscheinend sein. Allgemein aber, was die ganzen Charaktere in Thor Love and Thunder angeht. Von den Guardians, bisschen zu Quark, bisschen zu den verschiedenen Göttern. Es gibt keinen einzigen Charakter in diesem Film, der mich abgefuckt hat. Was eine Seltenheit ist. Ich mag wirklich jeden einzelnen Charakter in diesem Film, was wohl auch einfach teils des Vibes des Ganzen ist, weil nichts ernst genommen ist, alles ist witzig, alles ist locker flockig gehalten. Jeder ist basically cool und unterhaltsam. Es gab sogar eine Szene, wo mir fast eine Träne rausgerutscht ist, weil ich diesen Charakter so liebe. Aber das spoilern wir ihn jetzt natürlich nicht. Aber wahre G's wissen, was ich meine. Selbst visuell fand ich den Film mega schön. Klar, es ist nicht der größte Augenschmaus, den uns das MCU je gegeben hat. Aber wenn man sich ein bisschen in der ganzen Community umschaut, merkt man einfach, wie viel Hate der Film abbekommen hat, alleine wegen dem Visuellen. Und Leute, es ist echt nicht so schlimm, wie jeder ist vermeint auf Twitter und auf YouTube und so weiter und so fort. Der Film sieht immer noch mega stabil aus und man kann es nicht mit einer Warner Brothers Flash Serie oder Arrow oder so vergleichen. Es ist immer noch ein Weltenunterschied. Es sieht schön aus. Was mich aber dann auch zum letzten Punkt bringt, was für mich einfach das unerwartetste, größte Highlight in dem Film war. Und das war einfach Zeus. Wirklich, ey, was hat man mit ihm angestellt? Man hat diesen Charakter so komisch umgeknetet, dass etwas ein komplett anderes entstanden ist, was aber umso besser geworden ist. Denn, boah, ich kann meine Gefühle für diesen Zeus nicht mal in Worte fassen. Denn eins ist natürlich klar. Es ist nicht dieser typische Ernst de Zeus à la God of War oder griechische Mythologie, was man normalerweise erwartet. Und das ist in diesem Fall vielleicht gut so, denn der Typ hat mir wirklich die meisten Lacher an diesem ganzen Film beschert. Er hat einfach die ganze Zeit so einen prägnanten, französischen, griechischen oder russischen Akzent. Ich kann selbst nicht mal klarstellen, was für ein Akzent das war. Aber es ist echt fucking funny, ihm einfach nur zuzuhören und was für eine Attitüde er einfach an den Tag legt. Allgemein, dass die ganzen Götter so abgehobene Snob sind, hat mir irgendwie sehr gefallen und dass nur ein paar wirklich herausstechen. Aber ja, sobald ihr Zeus in den ganzen Filmen seht, macht euch darauf gefasst zu lachen. Denn die Kacke war wirklich Wani. Klar gibt es jetzt noch ein paar Kritikpunkte, die ich mit dem Film habe. Aber diese Kritikpunkte sind eher gefestigt in Spoilern und Fragen, weshalb wir diese wohl noch zukünftig behandeln werden in den nächsten kommenden Videos. Denn jetzt gibt es ja noch einen Haufen Content, den wir zu Thor Love & Thunder abschließen müssen, weshalb dort dann nochmals genauer darauf eingegangen wird. Aber Thor als ganzen Film würde ich der große Almighty Dash mit einer 8,5 von 10 bewerten. Was wirklich noch eine echt gute Bewertung ist. Wofür die Hälfte wahrscheinlich mich überhaupt nicht verstehen wird, aber die Hälfte, die es versteht, die gehören halt eben zu der Gruppe, die ich vorhin erwähnt habe. Es gibt bei dem Film wirklich nur zwei Gruppen, habe ich das Gefühl. Und ich gehöre eben zu der Gruppe, die sich noch auf diesen ganzen Spaß einlassen konnte und einfach diesen Film als Komödie akzeptiert hat. Und als Komödie hat der Film definitiv gerockt. Wenn ihr lachen wollt, wenn ihr einfach nur Thor sehen wollt, schaut euch definitiv den Film an. Geht aber nicht mit großartig mehr in den Film rein, denn dann könnte euch etwas komplett anderes erwarten. Erwartet kein Thor Ragnarok. Das wäre es aber dann auch von mir und meiner Review zu Thor Love & Thunder. Jetzt, wie bei jedem Film, würde mich natürlich wieder eure Meinung interessieren, also haut diese definitiv in die Kommentare rein. Hier bin ich vor allem gespannt, wie ihr zu diesem Film steht. War es lieber Love? War es Thunder? Was war es? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag für Windows. Passt gut auf euch auf, lasst es euch gut gehen. Habt noch einen wunderschönen Tag und ich würde einmal sagen, love you 3000.